Gehen wir das einfach mal an. Kommen da noch viele Level eigentlich jetzt, oder? Ich glaube, das ist jetzt das vorletzte oder das letzte. Echt? Das letzte. War nicht schlecht. Das ist ein sehr grosses Level. Ja, ich seh's schon. Ihr müsst den letzten Streifen beschützen. Ihr müsst den letzten Spalt beschützen. Okay, ich seh hier Lava. Also Sprungfeder fallen. Ne, der ist direkt davor. So. Er klingt da die ganze Zeit. Ach nix. Was machst du da? Ach nix. Du erhaschst dir bestimmt irgendeinen Bonus, den ich nicht kenne. Nein. Jaja. Warte mal. Ah, ich geh auf die andere Seite. Ja, geh mal auf die andere. Übrigens in dem Level gibt's sechs Bonus-Schädel. Also jetzt kann ich. Okay. Ah, ich hab das gerade in dem Level so richtig schön gemacht. Ich hab ähm... Wie willst du das jetzt sagen? Die ganzen Mana-Pods so genommen, dass ich dann ganz schnell hintereinander die dicken... ...hier setzen konnte. Da kommen sie! Die dicken Grippe. Brennett! Ist doch lustiger, wenn er sich alle auf Einfluss kommt. Alter wie geil. Ich mein, dass die alle da in die Lava geworfen werden, ist sowieso ne geile Sache für sich. Äh, ich hab zu Lava geworfen. Die werden hier rüber geworfen. Echt? Ja, hier fliegen gerade die ganzen Gegner her. Lol. Ist doch nimmer mehr bei mir. Aber die kommen bei mir vorbei. Weil solange die an mir vorbeilaufen, ist das kein Problem. Dann dürfen sie ne extra Runde drehen. Da muss ich gleich mal tauschen. Sobald ich hier neu bauen kann. Das hier ist für dich alter Mann. Das hier ist für dich alter Mann. Pfeile für alle. Pfeile für alle. Nur immer her, hier. Nur immer her, hier. Nur immer her, hier. Halt, grad hab ich so richtig schön so einen Runner hinterher geschossen. Da hab ich direkt den erwischt und den dahinter auch noch, der praktischerweise noch ein gutes Stück weiter war. War richtig schön. Hat auch richtig Laune gemacht, muss ich sagen. So, ich seh ja, da kommen wieder ein paar, die ne extra Runde wollen. Gib essen, gib, gib. Ah ne, das haben die aus Warcraft 3 gesagt. Die Peons. Warte los, muss Daddy kommen? Ja. Genau. Ah. Schnorrt in dem oder den netten Köln. Hehehe. Geht um die Ehre, weißt du doch. Das ist meine Schau. Und sie wird euch umhauen. Aber du hast keinen Life mehr, ne? Pass auf. Ach doch! Flieger! Ah, jetzt kommt er ja noch richtig was weg. Von den Fliegern hat kein Mensch was gesagt. Wie soll ich die jetzt killen? Mach dich. Ja, ich hab ne Falle gegen die. Ich hab was vergessen einzusetzen. Ich muss hier gerade erst noch einen Runder hinterher. So, aber leh. Hast du die Flieger weg? Ja. Ja. Zauber. Ich hätte es nicht geschafft. Ich war jetzt etwas überfordert, muss ich sagen. Verschwinden die Schädel eigentlich auch wenn man sie nicht aufsammelt? Äh, keine Ahnung. Gute Frage. So. Hä? Neue Tür öffnet sich? Muss ich jetzt irgendwas beachten? Ja. Und zwar ist es eine Tür direkt vor der Treppe. Das heißt, du solltest jetzt eine Falle in das kleine Geschoss da vor dem... Spaltung. Ähm. Das... Das heißt hier hin oder was? Warte. Äh. Ich bin grad verwirrt. Äh. Ja genau da oder einfach die Treppe hoch was. Ja. Also jedenfalls halt vor die Treppe. Okay. Weil die von dem anderen Eingang dann halt schon stehen. Ja. Ich seh schon hier. Die kommen direkt hier. Also hier kommt die hier runter. Das heißt, bis hier auf dieser Treppe sind es recht schnell. Tja. Dann gucken wir mal, dass wir hier... Schwefel fahren. Können wir hier gerade keine setzen? Hast du was gesetzt gegen die Flieger? Ja. Die schießieren runter. Los geht's! Also ich hab jetzt die Katapulte habe ich jetzt direkt an den Spaltpunkt gesetzt. Das dürfte ein neuer Einfach sein! Keil ey, wie die einfach wie so'n Eisklotz runterfallen. Oh fuck. Ich hab hier gerade das Problem mit drei Erdkürsten. Ja, ich auch. Und wir kommen da... Ah, die hast du schon hier. Hast du Schwefel in der Welt? Äh, ich hab's ja ja. Okay, weil, äh, ich freu dich gegen die Runnerer. Ein und Runnerer ist jetzt bei mir durchgekommen. Okay. Dann muss gleich mal gucken, ob ich was überhabe an Kohle. Soll ich dir helfen? Nö, ich glaub ich krieg's. Die sind schon nah dran. So macht er das. So, wo wollt's hin haben? Zwei Stück kann ich. Keine Ahnung. Vorhin, vor dem Spalt oder so. Hier? Ja, mir egal. Dann kommt auch die Runnererhills auf. Sagt Bescheid, wenn ihr so weit seid! Dann kommen wieder ein paar Plieger. Jupp. Das ist mal ne Menge, total oft! Der fliege von dort. Oh! 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 Sehr schön! Aufsammeln! Und hier ist nicht mehr. Oh! Hast du einen durchgelassen? Äh, nee? Wir sind schon nah dran! Hä, wie konnte der ihm durch? Guck hier die Bären, weil der steht sogar noch. Hä, eigenartig! Wie gefällt euch das? Es hätte denn deinen Schwiegert versagt Also bis jetzt hat es noch nicht geschlampt Die Party geht los und ihr seid alle eingeladen Muss ich ganz ehrlich gestehen Aber wir fliegen hier die Zombies, die ausrichten zu den Haufen Wow, Neujäger direkt vor meiner Nase Aber ich habe jetzt glaube ich 2-3 Flieger aus der Luft holen können Es ist doch lustiger, wenn man sie alle auf einmal tötert Spitze Rennen soll der auch Tja Sagen, dass wir uns noch weiter drauf ankommen Ich muss sagen, die Schwefelfanden sind echt meine richtigen Lieblinge Ja, ich zeig auch genau das, wo sie schon gekauft haben Na die Arbeit Da kommen wieder Flieger Ja Einer weg Zwei weg Drei Vier Vier Na, mein na Na Scheiße aber auch Jetzt wollte ich noch eine Falle setzen, habe aber auf die falsche Taste gedrückt und eine Granate geworfen Oho 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 Ja ist klar, jetzt bist du auch noch gehässig Das war gut Du bist auch noch gehässig, ey Peace Ich habe drauf gehofft, dass du jemanden durchgelassen hast Hahahaha Aber nur wegen der Statistik Ja Oh, davon ist ein Schädel Schnell mal sammeln Cool Das war mal der Kopf eines Orgs Das war mal der Kopf eines Orgs Wow Ich sterbe Was, was, was? Ich bin gestorben Ja, bist du tot Ah, okay Hä, ist das hier meine Seite oder bin ich auf deine? Ich bin auf meine Seite Scheiße Hey, guckst du nicht vor dich hin, wenn du kämpfst Bitte? Guckst du nicht vor dich, wenn du kämpfst, weil ich die neue Hände drüber habe? Na, das Problem ist, die kamen praktisch aus der Mini-Ebene Sie sind schon nah dran Wo ich hier mal gesagt habe, bei dir, die machen ihre Extra-Runde Oh so Boah Scheiße knapp, ey Passt das schon, ey Wenn ich das schon höre hier Schickt mir mehr Ich war gerade schon überrascht, ey Hat uns drei Spaltpunkte gekostet Na, auf die drei kommt jetzt auch nicht hin Nö Ich glaube, die Statistik ist geschrieben und ich glaube, ich habe schon ziemlich gut aufgeholt Flieger? Ja, ja, nur keine Flieger Jawohl, drei habe ich mitgenommen Also, wie viele waren das? Ja, drei Endloss Boah, dieser scheiße Club Magier Alter, sein Geschoss, das lenkt ja sogar noch Lass uns das nochmal machen Lass uns das nochmal machen tja die letzten zwei runden oder drei solgnoljäger diesmal bin ich vorbereitet hier schweine packen gut die flieger hast du gesehen das katapult geht nur zu mir zum klassen und der flieger durch und ein neuer gedreht mich an was soll der scheiß du mir da nur scheiß scheiß katapult ich will es für eine super sache na gut die 3c lang und 3c lang gehen auf mich hatte ich macht hier mal schnell weg ich bevorzuge meine orbs stückchenweise 2 5 mist schon wieder verzehnt fällt gerade auf meine waffe meine falle wo ich mitgenommen habe und gar nichts gegen die weil die 2 erdeckt sich oh scheiße flieger ja ich brühe schon für dich stets ich hab dir jetzt einige flieger weg holt da ja das ist gut nur für dich bester job aller zeiten sieh einer an zimmerservice aber ich wollte gerade erwähnen aus diesen mini-törchen ist schon lange nichts mehr rausgekommen und schon sind sie da so die fallen ja genau steh schön in meiner feuerfalle der erdfürst der macht seinen job alle ihre aber zum glück funktioniert meine boden voll so gut weil um die normal gegen könnte ich mich jetzt gerade kaum kümmern ey weil das ist schlecht wie die weggekommen ja ich bin jetzt auch mal richtig gut gerüstet gegen die knolljäger hier er war schon dreiviertel dreiviertel down bevor er bei mir ankam aber meine fallen funktionieren wie 1a ey рост kosche den letztlichen gegen den kus jawoll Errungenschaft freigeschaltet Freunde bis zum Schluss und die Ordnung wiederherstellen du hast eine Belohnung erhalten Doppelsprung Albtraum-Modus und klassische Ordenstracht mir wie ein fehl so leute seht ihr wir haben das spiel geschafft und dann kommt auch noch die statistik 3 von 5 naja wir haben ziemlich viele spaltpunkte verloren aber sieht so aus als ob wir schnell noch gewesen sind 16 22 16 30 ach wie geil und 50 50 was die vier angeht ja ich würde sagen dass ein gelungener abschluss und damit ist diese let's play reihe beendet vielen dank bei dem zusehen